Hallo ihr Lieben, mit Spannung haben wir das neue Set Paldeas Schicksale erwartet und heute ist es endlich soweit. Die Post hat es nicht pünktlich geschafft, das Paket zu liefern, aber was haben wir gemacht? Wir haben uns beholfen und haben bei Smith's Toys schnell eine Top-Trainerbox von Paldeas Schicksale ergattern können und die werden wir jetzt öffnen. Okay, let's go! Okay, let's go! So, nun haben wir die Top-Trainerbox von der Folie befreit und nun werden wir gemeinsam schauen, was hier drin ist, oder Mats? Ja! Na dann los! Fangen wir dann mal an mit dem Artwork der Box. Was sagst du dazu, Mats? Ich finde sie ganz cool! Ja, diesmal ein bisschen schlichter gehalten mit dem Lila und dem Silber dazu. Hier hinten wird gezeigt, was alles in der Box drin ist und zwar mindestens die neuen Booster-Packs, vielleicht haben wir auch mal wieder Glück, dass es 10 drin sind. Das wäre cool, die Energiekarten, natürlich wieder coole Sleeves und ein paar Kartenträder, dazu noch die Würfel und die Schadensmarker und eine Probokarte von Mimikma. Und weil wir es gar nicht erwarten können, machen wir direkt weiter und schauen mal in das Kartenguide. Oh, es gibt auch wieder normale... Oh, ja, das kann ja spannend sein. Ja, also wir werden jetzt nicht auf jede Seite einzeln eingehen. Auf jeden Fall ist es ja dieses Shiny-Set mit ziemlich coolen Karten. Wir haben jetzt wieder mal nicht vorher geschaut, was hier alles drin sein kann. Ähm, irgendwie... Weeproods. Okay. Wir gehen hier mal kurz durch. Zu den Karten. Ah, okay. Ja, wieder mit dem silbernen Rand auf jeden Fall. Es gibt auch viele Weeproods. Sehe ich. Ja, ne? Ein paar Sachen kennen wir schon. Guck mal, das Pikachu hier. Ja, das ist ja. Auf jeden Fall ist trotzdem cool. Bis Backel hier früh. Ja. Ach, guck einer an, ne? Mit Friedhof. Krass. Das wurde nochmal aus Obsidian Flames. Ja. Ja. Stimmt. Ist das nochmal ein Flur? Hier wird ja viel Eis geblieben. Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wir fahren... Wir werden mal schnell nach hinten gehen. Hast du was gesehen? Hm. Ich hab mal gesehen, was für das Zeige-Seiniges ist. Schau mal hier. Kommen wir mal zu den Special-Karten. Guck mal hier. Oh, Schlick-Dri. Schlick-Dri in Nila. Oh. Cool. Und die Vollkarten. Okay, Mads, dann haben wir doch wohl schon mal unsere ersten Chase-Karten gesichtet, oder? Ja. Muu ist cool. Und... Die ist ja schön. Guck mal hier. Wahnsinn. Und was ich nochmal sagen muss. Der ist Juni-Princess. Also jetzt, was hätte ich noch nicht toll. Der wurde Juni-Princess. Der ist und der. Juju auch? Nee, Juju. Oder? Ich glaube doch. Schon mal hier? Ja, der auch. Enigmare. Alles gemütztes. Okay. Alles repelt. Alles. Nein, nicht alles. Tatsächlich haben wir hier einige Artworks, die wir schon kennen. Okay, Mads. Die Tausend-Karten werden hier einfach geübt. Denn, lass uns... Das geht doch nicht. Lass uns doch mal schauen. Ach, guck mal, das sieht ja cool aus. Siehst du das? Ja. Cool, wie schön das leuchtet. Cool, cool. Oh, Mads, wir haben schon ja viel zugequatscht. Ja, na, 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 na. Ich fang mal hier mit an. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, Gott hat mir vermuten. Nein. Also, ich muss ja sagen, die Packs gefallen mir richtig gut. Die sind wunderschön. Guck mal, das Pikachu hier. Das gefällt mir richtig gut. Oh, das erinnert mich sehr an. Ich habe den Namen von Stett vergessen. Okay, hier wieder, natürlich. Jetzt weiß ich, hier müssen wir schütteln. Genau. Hier. Ich habe den Namen, obwohl das sogar nur geprintet ist. Stimmt. Okay, jetzt mal schnell machen hier, damit wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht langweilen. Wir haben hier, das Beste kommt auch zum Schluss, mal wieder die Würfel, die packe ich mal aus. Die finde ich ja auch ganz cool, muss ich sagen. Die sind schön, oder? So. Die haben wir schon mal auch drauf. Die kommen auf jeden Fall wieder da oben rein. Die sind, oh, cool, guck mal hier mit dem Gold und so. Nee, okay. Guck mal, das sagt mich, das ist, da wird eine Glitzer. Ist es ja auch. Schau doch mal. Ach so. Ich dachte, die ist drauf gemacht. Nein. Das sieht cool aus. Ja. Ja. Hier mal wieder ein Code für euch und. Die wurden auch verändert. Stimmt, die sind auch ein bisschen anders aus, oder? Ja, wenn wir mal gucken. Ah, diesmal nicht keiner auf dem Leben. Verdammt. Hier. Oh, das war knapp. Hier wieder die Karten-Trenner. Auch cool. Schadensmarker. Mal wieder. Ja. Wusstest du noch, wo wir mal zwei Schadens, zweimal diese Teile sind? Ja, stimmt. Ich weiß aber nicht, wo das war. War das bei Zähneter Könige? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube auch, ja. Okay Mats. Und jetzt schauen wir doch mal. Ich schau euch mal diese Pomo-Karte an. Die werden wir jetzt erstmal befreien, oder? Ja. Okay. So, wir haben Mimigma aus der Folie befreit. Mit einem wunderschönen Artwork. Hier im Vordergrund ist eine ältere Dame zu sehen, die dort näht. Und Mimigma ist in einer bunten Decke und wärmt sich auf. Wunderschön. Und wie schön, dass hier wieder glitzert. Das finde ich ja immer total toll. Okay Mats. Wollen wir loslegen mit den Boostern? Du fünf, ich vier? Okay Mats. Du hast weise entschieden und hier fünf Booster rausgesucht. Ja. Dann fangen wir jetzt mal an, oder? Okay. Aber zeig mal, was da drin ist. Okay, das ist gut. Oh Gott. Oh, das ist ein Packsöffnung, das ist schon wieder ganz anders. Ja? Oh, ist noch so ein bisschen mit der grünen Bisch. Okay. Vom Fühlen. Oh, ich weiß wovon du noch schwitzt. Ja, die Putzen sehen auch hier voll anders aus. Ah, machen wir mit Black and White Coat. Achso, ja, okay. Okay. Ich denke schon, ja. Mach einfach. Stimmt. Und? Feuer. Okay, wir haben Black and White Coat gemacht. Okay. Es ist ein Hit. Normaler wie extra. Okay. Kommt doch viel raus. Tentagra. Wieder wie... Ja, nee. Der auch. Hasla. Knabon. Hä? Flitjavo? Flitjavo. 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 Und was denn sonst? Joghokeks. Friedwuff. Und? Uh, sieht ja schon mal cool aus. Er hat sich. Ah, Fitti. Da sieht der... Direkt... Oh. Direkt da bildet. Ah, cool. Ja, das ist ja cool. Wahnsinn. Du, ist der eine? Ja, wir müssen es erst mal zeigen. Oh, Wahnsinn. Fangen wir hier mit an? Ja. Schaut euch das an. Wir fangen direkt mit einem coolen Hit an. Wunderschön. Das haben wir noch nicht... Doch, das hatten wir uns aber getauscht, oder? Ja, nee, warte, das... Also in diesem Set noch nicht, aber in Obsidian Flames. Genau, in Obsidian Flames haben wir das uns getauscht, genau. Nee, nicht getauscht. Ich glaube, das haben wir getauscht. Haben wir gezogen? Ja, same. Mats, ich bin alt, ich vergesse solche Sachen. Ja, cool. Die sehen toll aus. Ist jetzt in jedem Pack so einer drin, oder nicht? Weiß ich nicht. Okay. Mach mal. Sind das für die garantierten Bonus, oder? Ich weiß es echt nicht, Mats. Ich weiß es auch nicht. Na, wir werden es herausfinden. So, Leute. Jetzt bei Pokebjörn Trust Pack Magic. Gar nicht schlecht. Ja, die Struktur sieht toll aus, oder? Die Struktur sieht nicht so aus, die spüre ich auch durch die Struktur. Ja? Mhm. Okay. Irgendwann werden wir es noch darauf achten. Irgendwann. Irgendwann. Okay. Psycho. Knaddots. Kloppenfurt. Knarbon. Verkony. Leval. Flitjaro. Prüferball. Blutexo. Epitaph. Forschung des Professors. Läuft wieder bei mir. Läuft. Ja. Wahnsinn. Also. Erste Pack schon mal. schon wieder ein Black Coat. Okay. Nicht schlecht. Na los, Mats. Was denkst du, was drin ist? Ich würde sagen, eine Pflanzenenergie. Ich würde sagen, Feuerenergie. Und die Hälfte. Okay, dann zeig mal her. Ja, zeig mal her. War denn bei mir ein White Coat? Wahrscheinlich. Okay. Ich habe es schon weggeschmissen. Na, dann mach mal. Und Licht. Palim Palim. FM. Die Denne. Fruspino. Mond. Scheinhügel. Fraggrund. Leval. Magma. Psychopatra. I.X. Wir haben so viel Glück in diesem Set. Du auf jeden Fall. Oh, und Zato. Cool. Wahnsinn, Mats. Du heiligemann. Ist unser Päcklack endlich zurück? Ja. Das sieht so aus, oder? Kann sein, dass es gemütet wurde von Zinit der Könige. Das ist ja cool. Wahnsinn. Krass, krass, krass. Mats, eins lieben und ich nehme jetzt hier das Glück in die Hand und werde einen, ihr seht, es zuerst machen. Ja. Auf jeden Fall. Bitte, bitte, bleib kurz, bleib kurz. Bleib kurz, okay. Ja, okay. Let's go. Okay, ihr seht es zuerst, ja? So. Du veräppelst mich doch schon wieder. Nein. Okay, also, ich bin gespannt, Mats. Unlicht. Tentaga. Lapras. Panfi. Pikachu. Iroklex. Elf. Elf. Baldea-Schüler. Mach weiter. ich liebe dieses pokémon wunderschön dieses artwork wahnsinn und travaloro ix nicht schlecht nicht schlecht das heißt also das sind auf jeden fall auch schon mal special karten die sind also nicht einfach so da drin die sie wunderschön aus richtig cool was ist denn da passiert sei ich mal mit dem rasenmäher rübergefahren printlein deluxe würde ich dann sagen ja los macht dann mach du mal ja dann das nächste pack gibt es das geht ja schon mal richtig gut los wenn hier noch ein bisschen drin ist ich fresse ein bisschen ja 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 kern ist ja abgeschossen ja ok ihr seht es zuerst oder no reaction no reaction und ihr seht es zuerst ok dann zeig mal ich spiel die stromtur mach mal du fallst du dich doch also einer weiß nicht dass er garantiert ist tanzer lampi paldea schüler marakamba lanthurt kamips elektrischer generator uhafnir dribble hit ja gompack ne weiß ich nicht wie waren wir drei jetzt in einem booster also entweder es ist error oder es gibt jetzt Gompackpacks wieder was sagst du dazu Mats dass es cool ist schicktrick dann die Gompackpacks ich dachte gerade ich guck nicht richtig krass oder ja ich würde sagen gib mal her ein wahnsinn erst war hilft mir dann schlick da und dann noch Giro Frostelka also mir gefällt auch ähm wie das wie das zusammenspiel ist ne der Hintergrund ganz schlicht in silber gehalten und der uhafnir so schön bunt das sieht total cool aus was muss ich dann machen ja ich muss den essen ach so ach ein schokobesen du kriegst schöne holzbesen zum futtern kopflos tiefseetutel schlickdry dein lieblings pokémon wahnsinn dein lieblings pokémon und Fostelka iX da müssen wir ja beim einsortieren jetzt und wir aufpassen wir haben nämlich beim letzten set noch gar nichts einsortiert und da liegen zwar schon bereit und die karten auch aber es ist noch nichts einsortiert wahnsinn Fostelka iX Mats so kann es weitergehen nur Hits nur Hits außer Medial hier hast du ja dann werde ich 1 2 3 4 5 Pikachu bring mir Glück bring mir Glück Pikachu 8 Hits Pikachu du bist doch ein richtiger Pokémon Bro du kannst uns mal zeigen welche coolen Hits oh welche coolen Hits Blickkot ja ich hab das im Flug gewählt hauen loslegen also Kampf Worlds Menki Zwiebs Kaldeaflimino Natuu Enigmara Kaokto Nestbal Kloptopus ok knattertocks das heißt also wir sind scheinbar alle schwarz oder kann das sein ist mega cool auf jeden fall aber also für mich hat die box jetzt schon mega gelohnt egal was jetzt noch kommt das war bis jetzt schon richtig krass ist richtig neu richtig geil alles ist das vorsicht bummerang ja ok ich spüre irgendwas oder? ok da ist doch irgendwas ok ich hab nichts gesagt vorher magma krasla woptet martiniot kamerubt monscheinhügel fragwunst hitzerotox knattertocks aber egal ja ich hab gesagt ist egal es sind hardrocks feiere ich richtig mal die sehen so toll aus ich komme immer noch nicht auf diesen kümel da werde ich gleich mal in der gruppe fragen ob scott packs sind aber weißt du was mir auffällt was denn sonst waren die doch immer so rum oder? ja deswegen hast du die foto mal umgedreht so schnell ja der ist ja auf jeden fall verhungert ja auf jeden fall der ist auf jeden fall verhungert psycho ja aber ich hab da was gesehen Farوق Aldeerschüler Knebulac 김�Yeb so leute bevor wir jetzt den letzten hit aus dem letzten booster ziehen denn pokémats wird jetzt auf jeden fall last pack magic haben abonniert ihr ganz schnell den kanal und aktiviert die glocke um kein video mehr zu verpassen denn auch im nächsten video werden wir die nächsten booster von padeas schicksal eröffnen ich denke bis dahin wird die lieferung ohne vorbeigekommen sein bzw der postbote von dhl also drückt uns die daumen dass die post jetzt hier uns nicht im stich lässt bis jetzt mal wunderbar funktioniert also wird auch jetzt funktionieren und jetzt mal last pack magic wir sagen jetzt schon mal schau bis zum nächsten video und mal auf geht's mit pikachu pikachu wird das glück bringt was klar und die text wird auch oder gehen wieder so ähnlich auf wie 151 würde ich sagen ich sage wasser wasser los mach schnell fm panti mimi alpollo hefe nesbald donpfann schugi kamro technische maschine krisenheb molitigo ist der etwa reich was da regnet geld dann lasst du es doch einfach mal regnen